hey leute und willkommen zurück zu NFS world und heute werde ich den rx8 zu ende tunen habe ich ja in der letzten folge schon das orangene hier gemacht und heute kommt dann eben der rest dementsprechend und ja ich hoffe es wird euch gefallen natürlich wieder am zeitraffer und bis dahin also bis zum ende des zeitraffers also bis zum ende des zeitraffers Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020